Und hier kommt Nikola Urgakovic. Und hier kommt Nikola Urgakovic. Die letzten Instruktionen hier noch von der Ecke von Nikola Urgakovic. Das vorletzte Mal die obligatorische Cut-Woman-Behandlung hier. Was Elinio aufgetragen wurde, um die Cut-Bildung zu minimieren. Beziehungsweise herauszuzögern. Und jetzt kommt auch wieder Lokal-Matator. Patrick, der Panzer, spürgt zum Ring. Die rote Ecke. Die rote Ecke. Die rote Ecke. Die rote Ecke. der Mannschaft spürt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020